Hallo und herzlich willkommen zum virtuellen Schulrundgang der Adalbert Raps Vosbos. Wir befinden uns am beruflichen Schulzentrum. Ich bin Schein Wisslitzner und möchte euch heute durchs berufliche Schulzentrum führen. Kommt mit! Wir befinden uns vor dem Adalbert Raps, nachdem unsere Schule benannt worden ist. Adalbert Raps war ein Apotheker in Kulmbach, der 1924 den Gewürzhandel Raps & Co. gegründet hat. Dadurch, dass er und seine Frau kinderlos waren, gründete er eine gemeinnützige Stiftung, von der unsere Schule unterstützt wird. Wir befinden uns vor dem Vos-Projekt. Das Vos-Projekt ist das interne Praktikum des Sozialzweiges. Hier kannst du deine fachpraktische Ausbildung intern in der Schule absolvieren. Hier bereiten Schüler am PC alles vor, was sie im Zuge der fachpraktischen Ausbildung mit Menschen mit Behinderungen und in der Förderschule machen können. Jetzt waren wir im Vos-Gebäude. Lasst uns nun in das Berufsschulgebäude gehen und da die Werkstätten anschauen. Wir befinden uns in einem von mehreren Werkstätten, in denen die Techniker ihre fachpraktische Ausbildung absolvieren können. Wir befinden uns im Physiksaal. Hier wird der theoretische Unterricht praktisch mit vielen Experimenten abwechslungsreich gestaltet. Ein Teil der fachpraktischen Ausbildung Technik wird in den Kfz-Werkstätten absolviert, um dort einen Einblick in die Kfz-Technologie zu verschaffen. Hier befinden wir uns in der Lkw-Werkstatt. Hier können die Schüler der fachpraktischen Ausbildung Technik die Lkw-Technologie näher kennenlernen und somit die Techniken der Berufsschule nutzen. Im Zuge der fachpraktischen Ausbildung Technik können die Schüler hier das Verarbeiten von Holz näher kennenlernen. Hier lernen die Schüler in der fachpraktischen Ausbildung Technik die Grundlagen der Elektrotechnik kennen und das Programmieren. Hier sehen Sie zum Beispiel einen Roboterarm, bei dem die Schüler das Programmieren lernen können. Nun gehen wir von den Werkstätten zum Gang der Verwaltung. Hier findet ihr die Lehrerzimmer und die Sekretariate. Ich zeige euch, wo ihr euch anmelden könnt. Hier befindet sich das Sekretariat. Hier ist eure erste Anlaufstelle für eine Beratung bzw. um euch anzumelden. Hier befinden wir uns in der Lehrbrauerei. Wir sind einer der wenigen Schulen in Bayern, die eine Lehrbrauerei haben. Im Zuge der fachpraktischen Ausbildung soll nun zukünftig ein Einblick in die Lehrbrauerei möglich sein. Hier habt ihr die Möglichkeit von einem gesunden und günstigen Pausenverkauf. Im Zuge der fachpraktischen Ausbildung Wirtschaft führen hier die Schüler selbst ihr eigenes Kaffee. Hier befinden wir uns an der Vitrine von Hans Wilsdorf. Hans Wilsdorf ist der Namengeber der Berufsschule, der damals die Firma Rolex gegründet hat. Deswegen gibt es jährlich für die Berufsschüler einen Preis, den Rolex-Preis. Übrigens, wir sind auch eine UNESCO-Projektschule. Hier ist das schwarze Brett. Hier findet ihr wichtige Termine und auch ein Nachhilfeangebot von anderen Schülern. Hier findet ihr die Studien- und Berufsberatung und aber auch den Schulpsychologen und die Beratungslehrkraft. Ihr könnt hier immer ein offenes Ohr finden, die euch bei privaten und schulischen Problemen helfen. Das war eine virtuelle Schulhaus-Rundgang. Ich fände es cool, wenn wir uns nächstes Jahr sehen würden. Ich konnte dir zwar heute nicht alles zeigen, aber das schaffen wir bestimmt nächstes Jahr. Aber ich muss jetzt in den Unterricht. Tschüss, das nächste Schuljahr. Tschüss, das nächste Schuljahr. Tschüss. 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 Vielen Dank.